safe guten abend meine lieben freunde ja hier bin ich mit einem statement video mal wieder. Heute geht es darum, dass ich fucking Gaumando mein ältestes Projekt-Format abschaffen möchte und zwar Crafty Talks. Habe ich ja schon auf Twitter angekündigt, wie ihr im Einspieler gesehen habt. Und ja, das Video wird relativ frei Schnauze gesprochen sein, deshalb kann es sein, dass ich mich verhasst will. Ich habe hier kein Skript von mir. Ich habe mich jetzt einfach mal drum gekümmert, dass ich überhaupt mal was zustande kriege, dass ich mal was von mir gebe. Nicht so wie Knuspertoast. Jedenfalls, Crafty Talks möchte ich abschaffen. Allein aus dem Grund, Crafty Shorts hat irgendwie ein bisschen auch meinen Kanal übernommen. Das ist schon mal der erste Punkt. Also mein Content hat sich mittlerweile so ausgelegt, dass Crafty schon kein Format mehr ist, sondern Crafty Shorts ist mein kompletter Kanal irgendwie. Sagt der, der jetzt, ja, Gaming macht und sein Kanal vernachlässigt. Ne, davon abgesehen. Andererseits fallen mir auch keine Ideen mehr ein. Also, ja, ich werde jetzt versuchen, ein, zwei letzte Crafty Shorts zu machen. Und das war's dann. Lieber hörst du auf, wenn es anfängt scheiße zu werden, anstatt das du weiter machst und es noch eine Vollkatastrophe wird, würde ich sagen. Das wäre auch das, was ja, ich dann vertreten würde. Ich meine, ähm, ja, wie man sieht, hatte Crafty Shorts 15. Also hatte ich mit dem Format bei Crafty Shorts 15 quasi meinen Höhepunkt. Sieht man ja auch in der Aufrufszahlen, äh, wie viele das geworden sind in letzter Zeit. Und dann ging's irgendwie immer weiter bergab. Ähm, ich würde nicht mehr hinter allen Jokes stehen, to be honest. Ich habe ja auch Crafty Shorts 3 gelöscht, weil das lediglich ein geklauter Clip aus dem Dom Tendo Let's Play war. Aus Super Mario Odyssey. Ähm, das war auch so ein Grund. Weshalb ich, ähm, ja, versucht habe Crafty Shorts, um sowas eigene zu machen. Jedenfalls, ähm, ich hoffe, ihr versteht das. Aua. Ja, es tut mir leid, Leute, ähm, dass ich das Projekt halt abschaffe. Ähm, es ist nur halt so, es macht mir auch, to be honest, irgendwie mal Spaß, das als quasi Kanalkontent zu verarbeiten und hochzuladen, anstatt das irgendwie ständig nachzunummerieren. Bei Crafty Shorts hatte ich oft das Problem, ja, welche Zahl war denn das letzte? Musste ich immer nochmal nachgucken. Und das ist halt ziemlich umständlich am Computer. Eigentlich nicht, aber ich habe es mir immer umständlich gemacht und darauf habe ich jetzt nicht wirklich unbedingt mehr Bock. Ähm, es ist, ja, äh, es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich bedanke mich fürs, äh, dabei sein. Abonniert den Kanal, wenn ihr, wenn ihr nicht getan habt. Aber auch nur, wenn ihr wollt. Ähm, das war's von mir. Schön, bei dem nächsten Mal wieder allen. Bis bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Guten Tag, meine lieben Abonnenten. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, fucking Grimmando. Ah, ne, fuck. Scheiße. Ich bin Gormando, nicht mehr Grimmando, meine Fresse. Ich bin Gormando.